Ich hab ganz vergessen so zu machen. Es wird noch ein Stück grüner Mann. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr von Terraria haben wollt. Wir machen Softcore. Erstellen. Ich nehm der Solo, der unterstrich, ne Gipsenwolken, nein. Der Solo. Killer. Solo, weil ich bin gerade Solo. Und nicht mit meinem anderen Freund. Killer. Absenden. Ich nehm ein bisschen, weil ich aufnehme. Ich bin schon ein bisschen müde. Es ist gerade 22 Uhr 43. Und um die Uhrzeit bin ich echt immer müde. Ich hab hier sehr viele Welten. Ich nehm die. Mittel. Mini. Normal. Zufällig, was mir egal ist. Welt nehm ich. Terraria ist cool. Ähm wo ist denn das zu? Ja das. Terraria. Mir bringt vielleicht ein Fortnite leichtes Team vielleicht bis 12 Uhr nachts. Und woher ich schon angekommen ist. Hab sauvend lange Zeit. Ja Lieber Dean. Ich habe den Ladescreen rausgeschnitten. Den Ladescreen rausgeschnitten. Zwei. Tja. Hat echt lange gedauert. Also bitte erinnere dich dran, es rauszuschneiden. Also, ja, wir sind jetzt Terrarium-Fanbäume. Das ist unsere einzigste Aufgabe. Nicht Spaß, entdeckt euch bestimmt. Wenn man nur Bäume fällen muss, warum hat das Problem? Es gab ein paar Gäckner, ein paar Bosse und ein paar Schwerter. Und keine Waffen. Keine Waffen. Äh, was für keine, Alter. Äh, wir haben hier einen Typ, der hilft uns. Weil, guck mal, ich gehe jetzt hier auf Herstellen, dann mache ich es so. Dann sehe ich alles, was ich für Tolles herstellen kann. Was? Zack, 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 zack. Ja, und das ist jetzt Terraria. Also der Anfang ist immer recht langweilig. Aber am Ende wird es so richtig spannend, so richtig nice. Leute, ich weiß, ihr seht zwar, ich seh endlich mal auch wieder was. Ich hab ganz Zeit oben auf die Karte geguckt, weil ich keine Ahnung gehabt hab, wo ich bin oder wer ich bin. Wir haben da unser erstes Herz. Wir haben da unser erstes Herz. Juhu, und einen Hasen. Ja. Ja. Ups. Schade. Wir sehen uns, wer ich das erst abgebaut hab, weil... Nee, ich weiß, was ich raus schneiden. So gut. Also lang dauert das jetzt auch nicht. Zack, 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 zack. Ich hab das grad... äh, wirklich raus machen. Zack, zack, zack. Bin selber noch recht schlecht in dem Spiel. Ey, ne Ruhe. Ich hab fucking... Fällt mir jetzt nicht los. Mich war's für schlecht. Also wenn ich weiß, ist das dann Ausrüstungs-Item. Bitte fucking. Nein, ich seh nix. So viele Leute, ich seh mal ganz kurz gar nix versicht. Weißte, hier platiere ich einfach. Ich hab schon alles Fackeln bekommen. Hier ist ne Ruhe. Ah da, Schuhe, weil ich mich recht erinnere. Lass mal mit denen schneller. Hab ich grad mein Buch weggelegt? Hier ist ein Spitzhacker von Spitzhacker. Ach nee, das ist eine Statue. Die Natur. Lol. Ich bin mal lost. Den hab ich nicht grad lost gewesen. Bin noch mehr ernst. Ich hab meine Flasche gerade umgeworfen. Bau mir jetzt mal ab, bau mir jetzt mal ab. Sag, sag, sag. Ich hab ein Stück zurück. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr zurück. Ich hab's bestimmt schon gesagt. Also, bleibt dran. Bleibt auf meinem Kanal. Weil, dann könnt ihr's schon mal fast schon als erstes sehen. Was im neuen Shop ist. So, so, so. Abbauen, 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 abbauen. Abbauen, abbauen, abbauen. Huh? Man, ich hasse es, wenn's lädt. Lägt immer, wenn ich Aufnahmen mache. Digga, ist hier viel. Ja, ich hab's doch schon genug. Hier ist zählt Platin. Oha. Tritt Platin. Digga. Abo. Wie langsam. Fünf Jahre später. Nein, das ist ein Gegner. Was mach ich denn jetzt noch? Nicht spamme! To spamming! In deinem Kackgesicht. Fisch. Also, sonst könnt ihr jetzt hier noch Jahre dauern. Ich mach auch genau einen Schaden. Ich weiß. Na, oh, zwei Schaden. Wenn nicht Krass. Oh, wieder zwei Schaden. Alter! Oh, oh mein Gott! Boah, 뭐야? Oh, mein Gott! aber ich habe kein Geist mehr geschehen, ich hab gedacht, ich bin tot bist du stark oder kacke? bist du um stark? wenn du dich schon so anhält, du bist auch stark warte, hast du ihn zu kennen? jaaaaah juhu, ja, ja, ui, ja pack 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 puh, der der hat den die Ehre genommen auch Kristalle, wirst du es ich, komm hier Ihr seid doch Amethyst, oder? Ja. Habe ich mich sogar diesmal nicht vertan. Wie ich sonst euch immer mache. Keine Ahnung, wo ich gerade bin, aber das ist ein Eichelang. Sorry, Leute. Ich werde hier extra Licht. Nur für euch. Normal, ich würde es bestimmt auch machen. Und ein Herz dazu. Gott, das Video geht ja schon viel zu lange. Wow. Vergiftet. Okay, Leute, wir gehen jetzt noch kurz nach Hause und dann... Ja, machst du schon. Weil, geht ja schon mal viel zu lang. Aber davor zeige ich euch noch, wie schnell ich laufe. Ja. Juhu. Ich mache noch kurz über diesen Berg hier. Hack. Hack. Der Borde verlängert das aber lange. Was habe ich da gerade angehütet? Was für total viel Schaden macht. Sehr scheißbar aus dem Schleim. Okay, aber jetzt war es wirklich. Tschüss, Leute. Warte. 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 kazoo. Warte.